Servus hier von der Busremise aus dem Wifi. Vor mir steht die Nummer 301 einer von den 88 Erdgasbussen und diese ist die erste Nummer die abgemeldet wurde. Weil es werden ja alle 88 Erdgasbusse verkauft und durch neue Hybridbusse ersetzt und das ist halt die erste Nummer. Ich weiß nicht zufällig oder ob sie aus der Reihe noch Aufsteigen machen, weil es gibt ja die Busse 301 bis 374 und 401 bis 415 und ob sich die da absteigend aufmelden oder ob das jetzt nur Zufall war, dass 301 die erste Nummer ist. Endfalls wenn das abgemeldet ist, ist dann das Kennzeichen, wird dann verschwinden. Eine Werbung ist oben. Die Nummer ist früher da gestanden. Ich stelle fast auch nicht mehr da. Ja und dann werden es dann einmal im Herbst dann alle 88 Erdgasbusse verschickt und so schaut nachher angemeldet aus mit Nummer und Nummerntafel. Ja und 2024 sollen dann alle neuen Hybridbusse da sein und auch die Absperrung bei der Fahrerkabine ist auch schon weg. Also der 301 ist wirklich schon bereit zum Verschicken. Gut, dann sage ich jetzt Servus und bis zum nächsten Mal.